Hallo zusammen, heute möchte ich über das wichtige Thema Depressionen sprechen. Und das tue ich nicht nur theoretisch, sondern aus eigener Erfahrung. Ich selbst leide unter Depressionen bzw. bin manisch depressiv. Viele haben ein falsches Bild von Depressionen. Sie denken, es sei nur vorübergehende Traurigkeit oder Niedergeschlagenheit. Aber Depressionen sind viel mehr als das. Es ist eine ernsthafte Krankheit, die den ganzen Körper und Geist betrifft. Bei mir äußert sich das zum Beispiel durch Interessenverlust, Appetitmangel, Antriebslosigkeit und innere Leere. An manchen Tagen fehlt mir die Energie, auch nur das Bett zu verlassen. Kleine Aufgaben wirken dann unüberwindbar. Auch die Konzentration und das Selbstwertgefühl leiden stark. Hinzu kommen noch körperliche Symptome wie Schlafstörungen, Kopf- und Rückenschmerzen. Alles zusammen ist zermürbend und raubt mir viel Lebensfreude. Ohne meine Medikamente und die Therapie wäre der Alltag kaum zu schaffen. Aber so geht es vielen Depressiven. Es ist keine Charakterschwäche, sondern eine ernsthafte Erkrankung, bei der der Botenstoffwechsel im Gehirn aus dem Gleichgewicht gerät. Sie kann jeden treffen, völlig unabhängig von den Lebensumständen. Ich möchte anderen Betroffenen Mut machen. Gebt nicht auf, auch wenn die Depression noch so übermächtig scheint. Holt euch professionelle Hilfe und bleibt dran. Mit der richtigen Behandlung lässt sich die Erkrankung in den meisten Fällen gut in den Griff bekommen. Auch ich kämpfe jeden Tag, aber gebe nicht auf. Wenn ihr auch Depressionen habt, ihr seid nicht allein. Nein, zusammen sind wir stark. Bitte kümmert euch um eure Gesundheit und holt euch die Hilfe, die ihr verdient. Das Leben kann trotz Depressionen lebenswert sein.